Hallo, wir sind hier heute in der schönen Bürgerheide in Finsterwalde, machen einen kleinen Selbstversuch hier an dem Trimmlichtpark. Wir schauen mal, wie so die Stationen hier aufgebaut sind, was man hier Schönes machen kann, ob das schön angenehm ist, ob das anstrengend ist. Wir sind gespannt. Und jetzt so. So, bei Station 3 sind wir gerade. Ich merke gerade, man sollte sich doch warm machen, bevor man hier anfängt. Aber das ist dann noch ziemlich einfach. Ich weiß auch nicht, ob es ganz richtig ist, was ich hier mache. Es gibt keine Erklärung dazu, aber ich bin hier jetzt ganz zufrieden damit. Schönes Beintrein. Jawohl! Hier sind am Ende unseres kleinen Selbstversuchs zwölf Stationen. Es waren abwechslungsreiche Stationen von der Intensität her. Die Stationen selbst sind einigermaßen gut gepflegt. Man merkt aber natürlich, gerade bei diesen Balancierstationen, dass sie auch gut genutzt werden, dass sie schon ein bisschen abgewetzt sind. Schöne Gelegenheiten, mal ein bisschen draußen Sport zu machen, nicht im Fitnessstudio drin. Bestimmt auch für einen Familienspaziergang gut geeignet, wobei man dazu sagen muss, dass Kinder nicht jede Station machen können. Vielen Dank, dass ihr so geguckt habt.